Musik Herr Mummsen, was soll das sein? Das ist der Tag der deutschen Einheit. Und was empfinden Sie? Äh, Einheit, glaube ich. Heiligkeit und Recht und Freiheit. Heute, sehen Sie nur, der geteilte Himmel über Berlin, nun wieder vereint, dass ich das noch erleben durfte. Was machen wir jetzt? Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Party rausgehen zu lassen, bis ihr Himmel wieder die Farbe von Margot Honeckers Haaren hat. Kommt jetzt die Merkel? Bis zum nächsten Mal.